Die beiden machen was Illegales, die stecken unter einer Decke. Und jetzt? Wir bestatten sie. Und ehe die beiden sich versehen. Wir müssen sofort zur Polizei. Stecken sie schon mittendrin im neuen Fall. Was für ein Mann. Na Jungs, alles klar? Wir haben keine Zeit. Was machst du da? Ich denke nach. Nach dem Bestseller von Andreas Steinhöfel. Frau Darling. Hängen sie schon die ganze Zeit da oben? Wir haben uns. Zusammen sind wir stark. Freunde für ein Leben. War ich? Du musst los. Bist du blind oder was? Die schon wieder. Mach schnell. Ich finde dich total niedlich, Rico Dorati. Mann, Mann, Mann. Riko, Oskar und das Herzgebreche. Äh, Rico? Drücken. Ab 11. Juni im Kino. Denn wir haben uns. Zusammen sind wir stark.